hallo liebe leute ich hab eier gefunden vom günther wir sind wieder zurück in konan bei unserem haus der superquadre ding mit dabei ist der günther der manfred der teier und der holmes und weiter jeder mit dem brauer hier doch mal ein bisschen die schon wieder ja ich muss was für essen machen damit ich verhungere sonst gleich der essen haben wir ganz viel hier ja dann machen wir vor doch ja ich wurde gerade alles gebraten was wir noch mitbringen gleich zu essen sagen wir wird das eigentlich schlecht noch das ja 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 ich kann nicht wieder aufsteigen was ist noch gut was halt noch machen belastung da kann man mitnehmen wir wollen mal ich kann auch auslachen und mittel und steindeulch und die wissen was auch mit klingel stellen das ist nicht schlecht wenn da wochen auch so ein hölzschild auch noch ein bisschen holz das feuer bild war vielleicht auch nicht so schlecht machen wir uns 15 so wie sieht es da aus ich habe ein bisschen holz geholt da fragt mich doch wir müssen weiter gehen ich finde zwar hier keine spinnen wenn ich auch spinnen aber naja vielleicht haben wir doch sowieso noch zwei lunden als wir zu trinken hast du noch dabei kann man irgendwie sachen drehen männers ja moment wird das nummer schnell ich werde nicht sagen aber wir sind doof aber zum futter männers ich nehme lagerfeuer noch was ja im lagerfeuer ist ohne ende ok da hinten ist ein dorf ja und da hinten ist für eine hygiäne äh hygiäne entschuldigung so und nunne wo gehen wir denn jetzt hin erstmal verprügel ich gerade die hygiäne weißt du schon könig weißt du schon wie man dreht nene sag mal ich glaube du musst herumschiften oder kontrollieren ich bin jetzt nicht ganz sicher und dann kannst du es ich weiß nicht ob wir hier zu zweit richtig sind ist das mal auch schon kriegen wo ist das denn was das ist das silber weißt du wo da hier zwischen die steige ja warte mal das wird draufhören ich will auch was nimmt doch nicht alles ja hier ist noch mehr ah das ist was eisen eisen was wo eisen na guck mal was könnte ich vielleicht auch noch gebrauchen oh meine hacke ist kaputt da musst du wieder eine machen ne ich hab noch eine was eisen 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 bisschen hin auch da hinten auch lass mir doch auch was übrig das ist doch noch genug moment drehen da hier die ecke mausrad ach mausrad ja gut jetzt habe ich schon gesetzt weiß ich für nix war bescheid haben wir noch irgendwo steine männer ja in der kiste da und rein wir sind wir sind alles was ich sammle gewicht da rein das ist nicht so gut die das machen wir lieber in ruhe oder die greifen an die schießen mit dem bogen ich war blöde komm hinterher ey kannst du mal herkommen ich bin doch genau unter dir da kriegst du aber auch die schnauze da ich tu die fertigen essen sachen im haus ist die kiste mit fertigen essen ja brauchst du noch eine kiste ich hab eine gebaut ich sollte mal zum wasser ich hab Durst komm warte nicht mehr hauen was hatten die reinigtes wasser eine sprengdrüse oh hier sind noch mehr oh gott oh gott das ist vielleicht keine gute idee wo bist denn ach du scheiße ich geh tschüss wie kommen wir jetzt wieder runter weg 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 komm 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 wir müssen abhauen wir haben uns damals in den ranzen voll ja mach doch den weg runter man was weg denn denn die da hoch bist du knallhahn ich stehe dich wieder da alter ein kleines plateau mit einem weg jetzt stell dich doch nicht so an naja bring alle mit am besten hier hinter zum günther nee zum manfred ich hau ab lass mich in ruhe ja ich sag's doch du sollst herkommen da ist noch trotzdem noch mit sind die hinter dir sicher manche ich wieder am joggen oder was ich schlafe oh gott oh noch nicht gehe oh gott oh gott oh gott oh gott schon vorbei schlafen wir dann den berg runter gerannt ich glaube wir die ganze Zeit im kreis ja wieso läufst du nicht Richtung Dorf was willst du was im kreis das die irgendwann sagen ach ne jetzt haben wir keine Lust mehr oder Luft und ich mein doch ja jetzt ist mir so schwindelig da fall ich um ja voll zwischengefallen kommen wir jetzt in den berg runter wieder wir müssen zum dorf da können die 305 die klatschen ich bin die was boxen heißt zu bauen holz und stein brauchen wir ja mann über die stand zwischen anderen jagdpartner bitte den jungen doch mal eine chance der rennt im kreis schreit um hilfe oder wird ja bist du bist schon tot dann komm jetzt herr glück dass ich mit dem du hast schön einer mann so ich bin hinter dem wie viel hast du noch ein bisschen jetzt wird es da ja da kommt noch naja wie viel energie hast du bitte scheiße das noch ein bisschen weiterlaufen doch da fahren ja zweig jetzt 2 2 2 2 ist das wo bist du eigentlich könnte kommen wir den wir zum dorf gehen damit ich richtig rasieren sehen Mit Geschreie, wenn's geht. Gleich da. Könnt ihr auch mal ein kleines bisschen entgegengelaufen kommen, netterweise. Verfolgen die euch immer noch, oder wat? Na, na, pff! Oh, 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 ich hab auch eine Hygiene bei dir. Oh, 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 oh. Komm mit meinem Kumpel. Da kommt nur keiner entgegen. Oh, 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 oh. Da kommt nur keiner entgegen. Vorsicht, was du echt hier in dir. Heute kommt mal hier und hilft. Ja, da hinten sich, da hinten sich so laufen, kommt. Ich bin verkrüppelt, ich bin gleich tot, wenn ihr jetzt nicht sofort kommt, tanzi. Ey, was hat, oh, was hat keiner mitgenommen? Geh ich doch selber auf den Mann, jetzt hab ich mich noch zu voll. So ein Krüppelfiel, so ein dreckiges Tod. Aber mal den könnte noch von Ranzen. Boah, da kommt immer noch zu mir, ich krieg hier nicht mehr, ey. Hau doch mal ab, jetzt, ey. Komm mal mit dem zu mir, ich komm nicht hinterher, aber ich bin überladen noch. Ja, das Problem ist, wenn du schon ein Risiko schaffst. Boah, da hab ich dir mit einer Hand zack, teilt, da kenn ich nix, ne. Da sind die Kräfte von Gyni, das kommt vom ganzen Blonden, du, da sag ich dir. Wer hat denn den geludert, jetzt, ey? Ich nicht. Ja, das Zeug. Hast du gesehen, Manni, du musst auch mal ein paar Blonde trinken, dann kannst du da auch, du. Ey, da hat die ganze Zeit mein dickes Ding zwischen Been schleifen sehen und da hat er sich gedacht, da gehst du mal. Boah, so. So, schon mal, erstmal eine Kiste aufsuchen. No. Boah, guck mal, die hab ich schon ne Treppe gebaut, du. Geile Sache. So, warte mal, ein paar Steinchen loswerden, dass wir hier erstmal wieder mit rennen können. Ja, genau. Guck mal hier, ich hab was gefunden hier, guck mal hier. Ja, der hat den gelootet. Jetzt steht, kann ich selber bauen, du, Hand. Boah, ich bin Spider-Man. Sünden sieht, hab ich auch noch, in der Kiste sind noch Wände und so, ne? Mit Fensters. Ich hab die Wände in die Kiste gekriegt. Ups. Wer hat denn Daten? Oh, lol. Manni. Also manchmal frag ich mich echt. Och, ey. Noch jemand, der Sand noch Muschig hat. Du weißt, wie toll er da ist? Hab aber vorher eins mit Fenster drin. Ich hab ja nochmal Fleisch reingehauen in den Kamin. Ähm, was kann ich auch noch reinhauen? Rinde? Ne. Ach ne, Rinde brennt, oder? Wildfleisch. Noch einschmeißen. Gott, schon. Ein Haufen Zeug hab ich hier. Reinigtes Wasser. Hochlebe, das gereinigte Wasser. So. Dann hau ich mir erstmal ein Schmackhoffatz rein. Ah, hier ist ein Holzlager, ne? Das ist ja schon mal ganz, ganz gut zu wissen, zumindest. Ein Schlager. Aber göniore, du Experte, kann man dir aus den Gammelflächen noch irgendwas machen? Ja, später brauchst du das. So, dann packen wir das doch mal die Gäste. Um Giftpfeile zu machen, um so einen Scheiß. Mann, so, ich hab auch ein bisschen Eisen, gell? Ich bin schon wieder Wallahare, ne? Ich glaube, wir müssen dann doch mal eine Schmelze oder sowas bauen, hä? Ja, ja. Du meinst für den Eisen. Ja, sicher. Was ist denn das? Ein Sandsteinfundament hab ich hier. Fußboden. Nein, das brauchst du nicht. So. Was brauchen wir denn jetzt noch? So, ich werd mal meine Trinkflasche auffüllen. Ja, da müsste ich vielleicht mal hier auch noch. Besserchen. Brauchen wir Steine, Manners? Ja, ich hab Steine mitgebracht. Ich bin nur ein bisschen überladen. Das verpräge ich so lange an mir. Hier, nimm mal die Steine. Können wir mal hier ne Treppe hinbauen, vielleicht? Guck mal, wie ruhig bin. Ehrlich, ihr lernt nicht doch ein Säckchen mit Steine. Einen Moment, ey, ich komm, guck mal. Wo willst du ne Treppe drin haben? Ja, wo ich bin. Hier mit dem Ding zum Steine. Richtung Wasser? Richtung Wasser, da steh ich unten. Hier sind zwei Wasser, ne? Weil das ist ja wohl klar. Ich muss mal hier und so... Ja, genau. So, wo willst du ne Treppe hinhaben? Ach, da. Um hier hochzukommen, oder was? Ja, das muss man hier oben runtergehen können. Gute Idee, gute Idee. Ja, mach ich dir fertig. Mach ich noch. Mach ich dir fertig. So, Steine. Wo hat er die hingeschmissen, der Spina? Da. Uh, das sind aber viele Steine. Hier liegen noch mehr Steine hier auf dir. Gut schon. Lass ja mal ne Steine in Ruhe. So, ich geh schlafen. Zack, zack, Junge. Hab ich drauf hier. Zack, zack. Nennt mich auch den Steine in Ruhe. Fuck. So, jetzt ist meine Hacke kaputt. So, hab noch eine. Was jetzt mit der Treppe kommt hier heute noch? Oder du musst hier unten erst mal... So, hier geht's ja auch nebenan direkt hoch. So, die Treppe sieht immer schön. Hat jemand, äh, meine Brauche, hat jemand, äh, äh, kann jemand was anderes machen? Also, äh, leitungstechnisch. Nee, das wollte ich als nächstes lernen. Mir fehlt noch ein Punkt. Äh, die zwei Lacher vorher hier, die können wir dann auch erstmal wegmachen, weil, meine, ihr hat was Besseres. Au, dann erst verlieben. Alles ne, so. Aus, die Lütze. Facken wir mal schön. In und drin ist auch eine Kiste mit Fertim-Essen. So, ich alles, was mit Essen zu tun hat. Äh, äh, wo ist es denn? Ach, ja. Oh, guck mal, Alter. Jetzt gibt's ja einen Kochplatz. Wollte doch mal ein Schützler auf eurem. Ey, jetzt, ich wollte dir, kannst du bitte wieder aufmachen? Ja, warte, hier kommt die Ene Tür. Äh, hier ist die Tür. Und hier, passt auf, jetzt, äh, festhalten. Äh, zack, die Beine. Ui, jei, 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 jei. Oh, ja, ja, jung, ja, jung, ja, jung, ja, jung, ja. Das ist mein Weiß, oder? So, bisschen Holz rein. Ja, richtig schön, hast du. Ja, ganz schick. Schau mal, wie schnell das geht. Also, schneller. So, was hat man jetzt noch? Äh, das hab ich noch. Warte mal, hier noch. Ich leg mal Fertschuss noch rein. Gell, da könnt ihr euch ja was nehmen. Hier, come on. Ja, drinnen ist ne Kiste mit Fertigem Essen. Sag mal. Was denn? Wieso brauchst du das denn nicht innen drin hin? Warum denn? Keine Ahnung, das draußen. Doch, doch. So, hat jemand noch, hat jemand noch Fälle, dann kann ich schon mal so ein Rüstungsding brauchen, ne, ich hab ja doch gelernt hier. Ne, nur so weißt du ja. Ich hab 15 Fälle. Ja, immer her, dann bitte immer her mit den Fälle. Ja, ja, warte. Hier, 15 Stück. Kirschen. Na, 13 Fälle brauchen wir noch. Hat er nur noch 13 Fälle? Äh, ich hab 6. Ja, ich hab 6. Der Rüstungsding. Der Rüstungsding. Der Rüstungsding. Der Rüstungsding. Der Rüstungsding. Der Rüstungsding. Ich hab 7. Ich hab 6. Ich hab 7. Komm her. Ja, da liegen sie in den Bezug. Der Rüstungsding. Da. 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 So. Dann. 160 Holz. was seid ihr für eine stufe alle so ich bin stufe 7 stufe check löst einmal die stufe 8 wünschst du was bist du für eine stufe in stufe 7 6 7 ja ich muss jetzt noch 42 steine haben auch da geht doch nein und nehmen sie dir aus der kiste steiner war auch noch aus du bist du siehst du steine kommen wir nicht alle steine hier weg du spieler steine haben wir gar nicht mehr da müssen wir steine holen bin schon dabei haben wir auch noch ein paar dann können wir bitte eine holz und eine steinkiste machen das ist doch das beste oder warum wir noch kisten ich kann keine küsten ballen günter kisten ja kisten wir brauchen viele gästen ja kisten wollte ich eigentlich jetzt hier da in den raum wo wir jetzt hier sind das sollte das lager das sollte das lager hier werden hier drin dann weiß ich noch nicht was er gewählt aber oben wird schlafplätze der macht doch mal das lager ich bin ja dabei die kisten meine ich soja dafür brauche ich zu mir ist auch eine kiste gehen du bist tot ja unten am wasser reißen hyäne warum sagst du ihnen eine hyäne ja eine epische hyäne glaube ich eiger money macht das ding platt ich bin überladen welche bin ich dann mal wieder geht wo ich jetzt erstmal klar meine klamotten was denn einen auch kein anspärt mit gibt ist denn noch mal was sagen kann ja keiner riechen hier hier kennen die hyäne am wasser produktives sammeln steine holz oder so brauchst du noch steine ja sicher jeder wird darum in worte das wird ja der guck der guck dazu wie stehen mein bimscher auf dem kopf ein ich bin ja ich bin ja weil es nicht noch was die kiste die klaut das doch keine wir sind eine gruppe was ist das der hier auch komm hermann steine wenn da ist die ganze kunden können können rechts kurz hier nicht rum wird vertragen wird nicht gereiert die läuse werden gegessen kollege und gegessen was auf dem tisch kommt ich höchst keine lose was denn jetzt sieben stück fehlen noch ja steine ich hab noch hier kommen jetzt mal neues kiste links daneben das ist doch schon besser aus doch viel klopf warte noch tun wir das da braten lassen stein kiste ach kann sich denken was nicht ein kiste ja wo man steinern tut ich habe jetzt beim holz ein idee ich das wort stein hoch zwieren ich habe zwar gemacht 50 in der rechten kiste ich habe 18 ich habe die rechte kiste eingebracht man ein paar mehr auch 50 50 50 läuft wunderbar der holz du stellst wir auch noch mal da rein auf stein ich kann immer noch nie auf stein wir sagen hier werkbank das kann man hier machen ist doch auch nichts drin das ist der rüstungsbacher leider nicht gelernt hast dann kannst du nicht brauchen wir brauchen jetzt viele und hier fälle doch können wir schon mal die nächste rüstung bauen und die nächste die soße was brauchen wir und hier heute habe jetzt mal tier heute lege ich mal ab und hier rein stelle ich gleich wieder her ich kann auch zu herstellen 43 ja aber meine Freunde sind erst mal fertig hier wir tun jetzt ein Runde schlafen und guckt mal bei den anderen vorbei schreibt in die Kommentare war alles falsch machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge ne